Was ist der Vortrag? Ich habe mir aufgefallen, dass das vielleicht auch so verstanden werden könnte, dass Postgres in Action nicht das Wirkliche ist, sondern meins ist das Wirkliche, das soll es aber nicht bedeuten, sondern es bedeutet in Real Action, ich habe hier ein Projekt abgearbeitet, was, ja, werde ich gleich vorstellen, so die Rahmenwerte, was, ja, in der realen Welt halt stattgefunden hat, wo die Ergebnisse gefragt waren und es waren auch ein paar Aufgabeninbegriffen, die relativ große Datenmengen enthalten haben im Vergleich zu einigen Beispielen, die immer so im Netz zu finden sind, die immer mit relativ kleinen Daten funktionieren und, ja, deswegen Real Action, aber nicht im Vergleich zu diesem Werk auf jeden Fall. Die Gliederung des Vortrags ist folgendermaßen, ich würde am Anfang ganz kurz was zu Postgres sagen, obwohl ich eigentlich davon ausgehe, dass die meisten Leute wissen, was das ist, das ist doch nur sehr kurz. Dann würde ich kurz das Projekt, um das es da ging, vorstellen, da geht es um Wälder mit natürlicher Entwicklung, diese Abkürzung NWE kann man sich vielleicht schon mal merken, das soll das bedeuten, Wälder mit natürlicher Entwicklung. Dann werde ich kurz auf die Datengrundlage eingehen, die in dem Projekt vorhanden war, das war also eine heterogene Datengrundlage, die auch so ein bisschen Ansprüche halt quasi an das technische Handling nachher gestellt hat. Dann würde ich einmal kurz den Überblick gegenüber die im Postgres durchgeführten Arbeiten, die kann ich nicht alle im Einzelnen im Detail darauf eingehen, weil das würde dann zu viel Zeit kosten. Und was ich halt ein bisschen ausführlicher machen wollte, war eine Sache, die auch wirklich nur einen Teilaspekt dieser ganzen Arbeiten war, auch keine zentrale Fragestellung, aber mich vor ein großes Problem gestellt hat. Also ich habe da zwei große Datentabellen miteinander verschneiden müssen, da habe ich mir halt einen kleinen Trick bei ausgedacht, wie ich das hinkriege und das wollte ich kurz vorstellen und bin auch da offen für weitere Anregungen, falls da Ideen sind. Und zunächst mal zu Postgres, das habe ich von der Webseite, das ist der erste Satz, der auf der Webseite steht. Postgres ist a spatial database extender for Postgres, object-related database. It adds support for geographic objects, allowing local queries to be run in SQL. Und das ist im Prinzip ja eine kurze Beschreibung. Es geht halt darum, dass es halt in einer Datenbank Postgres, die professionell groß ist, server-client-basiert, mit allem möglichen drum und dran, es eine Extension gibt, die sich Postgres nennt und die kann halt mit geografischen Daten arbeiten und im Wesentlichen gibt es da so einige kleine Sachen, die halt in dieser Datenbank auftauchen, sobald man diese Postgres-Extension installiert. Das ist einmal ein neuer Datentyp, man kennt so Integer, Character oder so, was es da gibt. Dann gibt es auch den Datentyp Geometry, da gibt es auch verschiedene Ausprägungen. Es gibt so ein paar Tabellen, die plötzlich in der Datenbank auftauchen. Die Geometry Columns, die Spatial Refs, das sind halt Verwaltungstabellen für einerseits die Geometrietabellen, andererseits für die räumlichen Bezugssysteme. Und vor allen Dingen gibt es mehrere hundert Funktionen, die zur Verfügung stehen, mit denen man Geodaten verarbeiten kann. Unter anderem die Funktionen ST-Intersection, das ist so eine Art Verschneidung, also Schnittmenge zwischen zwei Geodatensätzen, die sich räumlich überlagern. Die würde ich nachher auch noch benutzen, da geht es halt in dem einen Beispiel drum. Zum Projekt kurz. Das Projekt NW5, hieß das abgekürzt, nannte sich in dem vorigen Titel Natürliche Waldentwicklung 5% als Ziel der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Der Hintergrund von diesem ganzen Projekt ist tatsächlich die Convention on Biological Diversity von 1992 aus Rio, wo halt auf internationaler Ebene beschlossen worden ist, den Rückgang der Biodiversität zu stoppen, also auch verbindlich vereinbart ist international. Und diese Ziele wurden in nationale Strategien auch umgesetzt. In Deutschland heißt sie dann Nationale Biodiversitätsstrategie von 2007 ist das hier. Die Abkürzung muss ich alle so ein bisschen erklären, die habe ich nicht ausgeschrieben. Und diese Nationale Biodiversitätsstrategie hat unter anderem das Ziel, also neben vielen anderen Zielen noch, bis 2020 5% der Waldfläche in Deutschland einer natürlichen Entwicklung zu überlassen. Also da darf nichts mehr drauf passieren, da darf halt keine Forstwirtschaft drauf getrieben werden, aber da darf auch kein Naturschutz drauf getrieben werden. Also das ist dann der sogenannte Prozessschutz. Da geht es darum, dass die Natur halt quasi selber organisiert, was da auf der Fläche passiert und das soll auf 5% der Fläche passieren bis 2020. In unserem Projekt war dann das Ziel, eine belastbare Bilanz zu aktuellen und geplanten Wäldern mit natürlicher Entwicklung aufzustellen. Das gab es bisher noch nicht so detailliert in dem Sinne, dass man wirklich ganz genau sich versucht hat, alle Flächen heranzusaugen, auch als Geodaten, um ganz genau zu bilanzieren, wie viel Fläche ist da und auch Kriterien festzutunen, was ist überhaupt die Definition einer nutzungsfreien Waldfläche. Das haben wir halt in dem Projekt im Großen und Ganzen gemacht. Auftraggeber war das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit heißen die offiziell, wurde ausgeführt durch das Bundesamt für Naturschutz, das BfN, die von 2011 bis 2014 und wir hatten auch schon im Oktober 2013 eine Abschlussveranstaltung hier in Berlin in der Landesvertretung des Landes Nähersachsens, das ist da beim Stehlenfeld um die Ecke, in den Ministergärten und das hat auch, ja, da waren viele Leute, also aus verschiedenen Handlungsfeldern, Forstwirtschaft, Naturschutz, Säge- und Holzindustrie, die das interessiert hat, weil diese nutzungsfreien Wälder, das ist ein unheimliches Reizthema in der Forstwirtschaft. Die Projektpartner, die jetzt abgearbeitet haben, ist die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, von der ich auch bin und Uni Freiburg war mit dabei und das Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz in Bühl, das ist vom NABU und, ja, Umweltschutzverband. Die Daten, die wir in dem Projekt verwendet haben, kommen von den Waldbesitzern in Deutschland, die haben wir alle tatsächlich kontaktiert, teilweise über Dachverbände. Wir haben von denen angefragt Geodaten und Sachinformationen zu nutzungsfreien Wäldern. Das wusste ich vorher nicht so genau, ob das so gut funktionieren kann, also hatte ein Waldbesitzer grundsätzlich Geodaten, die allermeisten hatten das, aber man muss auch dazu sagen, Waldbesitzer sind natürlich auch Landesforstbetriebe, also ein bisschen größere Betriebe, die das auch haben oder Bundesforsten, aber auch kleinere Kommunen und sowas halt und auch einzelne Privatwaldbesitzer. Es gab auf unserer Webseite noch die Möglichkeit, eine Punktkoordinate abzugreifen, dass man zumindest eine räumliche Repräsentation hat von so einer Fläche, irgendwie, falls sie gar keine Geodaten haben. Insgesamt sind da 130 Einzellieferungen ungefähr zusammengekommen, also nicht 130 Flächen, sondern 130 Shapefiles, sagen wir mal, sind das ja meistens gewesen, wo beliebig viel drin sein kann an Flächen. Eine Sache, die auch noch sich so ein bisschen auf die Arbeiten bezieht, die wir nachher durchgeführt haben, das waren ungefähr zehn unterschiedliche räumliche Bezugssysteme, also natürlich in erster Linie deutsches Hauptreiecksnetz mit Gauss-Krüger und davon verschiedene Varianten, teilweise mit, dann mit für in der Zoneangabe, ohne und irgendwelche Sachen und das muss halt alles vereinheitlicht werden, wurde im Endeffekt nach ETS 89, UTM 32 halt alles in sozusagen das aktuelle Referenzsystem transformiert unter Benutzung der, dieser nationalen Korrekturraster Beta 2007, also dass das alles bestmöglich transformiert werden konnte. Insgesamt sind da ungefähr 400.000 Hektar Fläche zusammengekommen und nach der Überlage, nach einer Überlagerungsanalyse dieser ganzen Einzellieferungen ist da eine Gesamttabelle mit nutzungsfreiem Wald entstanden, also ich sage jetzt immer Tabelle, das bedeutet halt einen Datensatz mit ganz vielen Flächen, also jede Zeile eine Fläche, wo 167.000 Zeilen beziehungsweise 167.000 Flächen ungefähr drin waren und aus Puskis oder Verarbeitungssicht ist vielleicht immer die Anzahl der Vertices interessant, das waren ungefähr 4,8 Millionen Stützpunkte sozusagen in diesen Daten drin, also das beschreibt dann so ein bisschen die Größe und im Vergleich zu den Daten, die ich nachher vorstelle, ist das hier eigentlich noch übersichtlich sozusagen, also was da an, ja, also das ist auf jeden Fall handelbar, würde ich auf jeden Fall sagen. In dem Projekt haben wir jetzt mit Puskis, das würde ich nachher beim Fazit nochmal sagen, aber wir haben halt alles, also vor allem die Geodatensachen haben wir alle mit Puskis abgearbeitet, wobei so ein bisschen OGR und so war noch, also kleine Command-Line-Programme waren noch dabei, aber weitestgehend mit Puskis und auch weitestgehend in Form von Funktionen, also man kann in Puskis ja einmal per SQL die Sachen schreiben oder man kann sie halt auch in eine Funktion schreiben, in dem Fall hier mit der Procedural Language PGSQL, mit der nativen Procedural Language der Datenbank. Dadurch werden dann solche Arbeiten, die man macht, wiederholbar, auf verschiedene Datensätze anwendbar und einbindbar in andere Funktionen meinetwegen. Wir haben halt erstmal eine Überlagerungsanalyse gemacht, also bei diesen 130 Einzeldatenlieferungen muss man natürlich prüfen, ob da einzelne Flächen vielleicht zweimal gemeldet worden sind. Das kann sein, dass zum Beispiel eine Landesforstverwaltung eine Fläche meldet, ein Naturschutzgebiet, da ist aber auch eine Stiftung drin aktiv in der Fläche und die haben die auch in ihrem Geodatensatz. Und gerade wenn man eine Bilanz, eine transparente Bilanz, also die Flächen aufsummieren will, dann muss man natürlich solche Sachen ausschließen. Außerdem kommt es auch häufiger nochmal vor, teilweise auch sogar absichtlich, dass Duplikate in solchen Geometrien drin sind, also dass halt eine Fläche da mehrfach übereinander drin ist. Wenn man die nachher flächenmäßig aufsummiert, kriegt man dann auch das Drei- oder Vierfache halt raus, das will man nicht. Die haben im Endeffekt verschiedene Attribute, da verschiedene Baumarten auf die Flächen draufgelegt, um zu zeigen, dass da mehrere Baumarten auf dieser Fläche sind. Aber für die Bilanzierung macht das keinen Sinn. Dann das schon erwähnte Vereinheitlichung des räumlichen Bezugssystems war eine Aufgabe, die halt bei allen Sachen gemacht werden musste. Dann eine Verschneidung dieser NWE-Flächen mit überregionalen Daten. Das ist weitestgehend das Thema, das ich nachher noch kurz anspreche. Also überregionale Daten bedeuten in dem Sinne meinetwegen die Schutzgebietskulisse der Naturschutzgebiete. Das liegt halt für ganz Deutschland vor. Und da guckt man halt, welche NWE-Fläche liegt jetzt im Naturschutzgebiet und welche nicht. Es gibt auch andere deutschlandweit überregionale Daten, die flächenhaft vorliegen, wie zum Beispiel die Karte der potenziellen natürlichen Vegetation. Da komme ich noch zu. Die sagt einem, was für Vegetation da wäre, wenn man alles in Ruhe lassen würde. Da kann man halt auch gucken, die NWE-Flächen, welche Vegetation würde sich da einstellen auf dieser Fläche, wenn man die Fläche in Ruhe lassen würde. Oder tut man in dem Fall ja sogar. Dann gibt es auch noch fehlerhafte Geometrien teilweise. Die kann man halt auch mit PostGIS-Funktionen suchen. Also valide Geometrien aufspüren oder nicht valide und man kann die auch reparieren. Das war auch so eine Arbeit, die gemacht worden ist. Dann wollte ich hier noch einmal herausstellen, was auch eigentlich ganz nett an dieser PostGIS-Sache überhaupt ist. Das ist ja eine serverbasierte Angelegenheit. Also man hat zum Beispiel, wenn die Geodaten da drin sind, die Möglichkeiten allen Projektmitarbeitern, auch welche, die sich nicht so sehr mit GIS-Daten auskennen, die einfach nur ein Quantum GIS aufmachen möchten und können dann auf diese PostGIS-Datenbank zugreifen und sich diese Geodaten halt als Karte irgendwie anzeigen lassen. Also das ist halt für Multi-User auch mit nicht so viel Ketten-GIS-Kenntnis auch ganz gut geeignet, dass man sich die Daten jetzt anzeigen lassen kann und durchsuchen kann. Und auch alles an nichträumlichen Aufgaben wurde natürlich auch in der Datenbank gemacht. Jetzt vielleicht kurz das Beispiel, was ich hier anführen wollte, Schwerstarbeit habe ich das betitelt, Verschneidung zweier großer Daten. Wir hatten zum Beispiel einmal die Karte der potenziellen natürlichen Vegetation auf der linken Seite. Hatte ich schon angedeutet, wenn man alles in Ruhe lässt, was für Vegetationseinheiten entstehen da in Deutschland. Und auf der rechten Seite das digitale Landbedeckungsmodell DLMDE, da ist nur der Wald hier dargestellt. Also das ist eigentlich auch deutschlandflächig. Da steht halt drauf, nicht was würde sich potenziell einstellen, sondern was ist tatsächlich im Moment da an Landbedeckung, in dem Fall der Wald. Also das ist quasi der aktuelle Wald in Deutschland. Die Daten sind einmal links vom Bundesamt für Naturschutz, Sukun Bussard, von 2011 die PNV-Karte und das DLM ist vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, was wir auch zur Verfügung gestellt haben, bekommen haben für das Projekt. Und das Problem ist an diesen beiden Daten, die sind halt so groß und bei der PNV geht es noch einigermaßen. Das sind 19.000 Einheiten im Endeffekt mit 5 Millionen Vertices ungefähr. Das DLM ist halt so fein strukturiert, dass es auch noch in dem Wald unterschieden zwischen Laubnadel und Mischwald, dass das über 3 Millionen Objekte sind insgesamt mit 116 Millionen Vertices halt. Und ja, also das sind halt relativ große, komplexe Daten dann. Die Fragestellung, warum ich das überhaupt verschneiden wollte miteinander, ist halt, wie verteilt sich die Fläche der PNV-Einheiten auf den aktuellen Wald des DLM. Es gibt ja vielleicht verschiedene Ansätze, ich habe zumindest die Methode gewählt, die tatsächlich miteinander zu verschneiden, dass man halt, ja, also nachher tatsächliche Flächen hat, nicht nur überlagern, nicht nur gucken, was überlagert sich mit was und das halt irgendwie markieren und auswerten, sondern tatsächlich verschneiden, dass man die, ja, also auf dem aktuellen Wald die verschiedenen PNV-Einheiten die tatsächliche Flächengröße berechnen kann. Das ist die Grundlage für eine sogenannte Repräsentanzanalyse, also wie verteilen sich die PNV-Einheiten im aktuellen Gesamtwald in Deutschland und wie verteilen sie sich auf den aktuellen NWE-Flächen und das wird dann miteinander verglichen. Das ist dann so eine sogenannte Repräsentanzanalyse. Das Problem, was wir hatten, ist halt, dass diese direkte Verschneidung zu extrem hoher Arbeitsspeicherauslastung geführt hat. Also das System fing an zu swappen, wie sich das nennt, dass es dann irgendwann den Arbeitsspeicher nicht mehr reicht, sondern auf die Festplatte die Sachen schreibt, die es da gerade verarbeitet. Und dazu muss ich sagen, unser System hatte ungefähr 70 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das ist halt ein Server, der da irgendwo steht. Und das führte dann im Endeffekt zu extrem langen Laufzeiten und zu so langen Laufzeiten, dass ich sie in jedem Fall immer abgebrochen habe. Und das war auch immer ein bisschen blöde, weil dann auch teilweise der Server immer manchmal neu gestartet werden musste und da hängen ja noch andere Sachen dran. Naja, der Lösungsansatz, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das gekommen ist, aber ich habe mir überlegt, man kann dann komplexe Strukturen vielleicht vereinfachen. Und ich habe es so gemacht, dass ich es halt vorgelagert habe, diese PNV-Karte, die man eben auch schon gesehen hat, mit dem Blatschnitt der digitalen topografischen Karte, 1 zu 25.000 vom BKG, verschnitten habe. Das ist hier so symbolisch dargestellt. Man sieht dann rechts, das sind ungefähr 4.000 Einzelzellen, Elemente dieses Blattschnitts, die da dabei entstehen. Also diese Verschneidung, da diese PNV-Karte nicht so komplex war, wie die DLM-Karte und dass der Blattschnitt sehr einfach aufgebaut ist, dadurch diese zellenbasierte Form, war das kein großes Problem, wenn sie zu verschneiden. Was wird dadurch erreicht? Ich habe hier mal so einen kleinen Ausschnitt genommen, diese lila Fläche, die man jetzt so schlecht erkennt. Deswegen habe ich die auch nochmal rausgehoben. Dadurch wird erreicht, dass zum Beispiel bei dieser Form zum einen in der Originalgeometrie 6.000 Vertices-Stützpunkte ringsherum überall so verteilt waren. Wenn man dann dieses Blattschnitt-Raster da reingeschnitten hat, dann sind nur noch 36 Einzelgeometrien über, die man so durch diese Raster da sieht. Und die haben jeweils maximal 589 Vertices. Also das ist halt vereinfacht. Da komme ich gleich noch drauf. Es gibt auch andere Möglichkeiten, so etwas zu vereinfachen. Und dann ist mir noch in letzter Instanz eingefallen, dass das wahrscheinlich gar nicht so richtig der Hauptgrund ist, warum das so gut funktioniert. Der Hauptgrund ist nämlich, glaube ich, wegen dieser Arbeitsspeichersache, dass diese Blattschnitt-Zellen im Endeffekt einzeln abarbeitbar sind. Also die haben ja jeweils eine ID, weil dieser Blattschnitt hat halt eine ID. Und die kann man nachher im Loop einarbeiten. Und dann sagt man, man loopt natürlich diese ganzen Blattschnitt-IDs durch und arbeitet die einzeln ab, führt das Ergebnis in eine leere Tabelle, füllt die damit auf im Loop. Und ja, Ergebnis war auf jeden Fall, dass die Arbeitsspeicherlastung nicht ansatzweise in Richtung Vollauslastung ging, sondern man konnte das ja beobachten mit so gewissen Tools, wie dann sich der Arbeitsspeicher verhält. Und das war alles im grünen Bereich. Genau, und hier wird dann nochmal dargestellt, dass die halt sozusagen in einer Funktion wird das dann natürlich gemacht. Man muss halt eine Schleife schreiben, einen Loop. Man hat diesen New Tab, diese neue Tabelle. Und da wird dann sukzessive, werden dann die einzelnen Elemente mit dem DLM verschnitten und in diese neue Tabelle eingeführt. Ich weiß gar nicht, ich habe das, glaube ich, noch hier als Code. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber man macht zuerst, stellt ein Temp1 in eine leere Tabelle mit zwei Spalten, wo jeweils dann die Informationen aus A, PNV, B, DLM reinkommen. Dann sieht man hier eine Funktion, das ist eine dieser POSCIS-Funktionen, Atriometry Column. Da wird eine Geometrie-Spalte mit dem Typ Geometrie halt zu dieser Tabelle als dritte Spalte hinzugefügt, Temp1. Und zwar ja auf die Tabelle Temp1. Die wird heißen, wird Geom die Spalte. Die wird die Spatial Reference ID 25832, das ist ETS 89 UTM 32, haben. Das wird von einem Geometrie-Typen Polygon sein und der wird zwei Dimensionen haben. Dann macht man diese Verschneidung mit dem Blattschnitt. Also hier ist die PNV-Karte beteiligt und die topografische Karte 1 zu 25.000. Da wird da diese Funktion ST-Intersection verwendet. Das ist so ein bisschen beispielhaft. Da sind bei mir noch ein paar andere Sachen ringsherum gewesen, so ein Buffer 0 und ein Dump und sowas. Also da muss man immer noch ein bisschen gucken, dass das dann optimiert wird, aber im Großen und Ganzen läuft das so. Also das ist sozusagen die Verschneidung mit dem Blattschnitt der erste Schritt und dann wird halt in dem Loop, den ich auch gerade schon erwähnt hatte, für jedes Element in diesem Blattschnitt wird dann halt eine Intersection dieser TEMP2-Tabelle mit dem DLM durchgeführt und das Ergebnis davon wird in die ursprünglich erstellte TEMP1 eingeführt, also Inside Into. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist halt der Hauptgrund. Ich bin halt auch eher Anwender. Ich glaube, das ist halt der Hauptgrund dieser sukzessive Abarbeitung, dass dieser Arbeitsspeicher da in Ruhe gelassen wird, einigermaßen. Genau. Ja, es gibt hier noch die eine oder andere Möglichkeit, die sowieso in PostGIS zur Verfügung steht, um solche größeren Verschneidungen zu optimieren. Die will ich hier nur ganz kurz erwähnen. Zum einen gibt es die räumlichen Indizes, die GIST-Indizes. Wenn man zum Beispiel diese Adriometry-Column-Funktion benutzt, dann wird der automatisch erzeugt. Also das sind halt Indizes in Datenbanken, Search-Trees, die es ermöglichen, räumliche Beziehungen schnell zu durchsuchen, zu durchblättern, wie man das auch so aus dem Buch kennt, mit dem Inhaltsverzeichnis hinten. Da müssen nicht alles, die Daten müssen nicht angepackt werden jedes Mal, sondern man kann halt in diesem Search-Tree nachgucken oder die Datenbank kann das. Da muss man sich allerdings auch ein bisschen drum kümmern, den muss man ab und zu mal aufräumen. Wirklich im Analyze nennt sich das, dass der auch zur Verfügung steht und auch benutzt wird. Dann gibt es die Möglichkeit, diese Verschneidung, diese ST-Intersection, so selten wie möglich einzusetzen. Also wenn man zum Beispiel eine Geometrie hat, die innerhalb einer anderen des zweiten Datensatzes ist, dann ist gar nicht die Frage, ob die sich überschneidet, sondern die ist mit innen. Dann kann man sogar diese kleine innenliegende an für sich nehmen. Man kann also prüfen, liegst du innerhalb einer Geometrie des zweiten Datensatzes? Ja, dann nimmst du einfach die Geometrie. Wenn nicht, wenn du überschneidest, dann brauchen wir diese Intersection, um die Schnittmenge rauszukriegen. Das ist halt auch eine Möglichkeit, das noch abzupuffern. Und diese Simplify, ja, damit kann man Geometrien, also generell, das hatten wir glaube ich auch schon mal als Beispiel, die Anzahl der Stützpunkte reduzieren. Und ich habe es alles auf Puskis 1.5 noch gemacht. Ich weiß nicht, ob in 2.0 oder 2.1 da jetzt irgendwelche anderen Sachen zur Verfügung stehen. Letzte Folie, Fazit. Insgesamt haben wir also eine relativ komplexe Datengrundlage gehabt. Nicht nur diese nutzungsfreien Wälder, auch diese ganzen GIS, diese ganzen PNV-Informationen und noch viele verschiedene andere Sachen. Die haben wir komplett halt mit Postgres und Postgis halt abgearbeitet. Diese Grundfunktionalität in Postgis reicht allemal aus, um alle Arbeiten auszuführen. und man kann durch das Schreiben von eigener Funktionen das alles auch noch beliebig kombinieren und ausschöpfen, sodass man zum Beispiel auch Spielraum für so kreative Lösungen hat wie diese Verschneidung mit diesem Blattschnitt. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Engel, für diesen Einblick in die Praxis mit Postgres. Ja, Fragen. Ich denke, wieder zwei, drei Fragen sind, ich bitte mal ganz kurz das Mikro hier nach hinten durchzugeben. Wir brauchen das für den Streaming. Haben Sie bei der endgültigen Verschneidung jetzt nur die PNV-Karte mit dem TK-Raster verschnitten oder auch die Waldkarte? Nee, nur die PNV. Also in der PNV, ja. Das Problem ist, glaube ich, nämlich nicht die Anzahl der Vertices, sondern die Güte des räumlichen Index, den Sie da gelegt haben. Beziehungsweise bei den Waldstrukturen haben Sie so langgezogene Polygone, oft halt mit einer schrägen Ausdehnung über die Fläche, dass Sie mit einem räumlichen Index, der über Boundingboxen geht, nicht nah genug an die zutreffende Fläche rangehen. Verschneiden Sie beide Flächen mit der TK-25, dann verschneiden Sie die beiden TK-25- zerschnittenen Flächen miteinander und dann unionen Sie die wieder zusammen. Dann werden Sie wahrscheinlich performancetechnisch am besten wegkommen. Aus meiner Erfahrung, weil wir auch deutschlandweit viele Waldflächen verschneiden oder viele Naturflächen verschneiden, da ist das Hauptproblem, dass Sie mit dem räumlichen Index nicht nah genug oder keine gute Güte erreichen. Ja, also in diesem DLM, da sind halt noch diese Laubmisch- und Nadelnunterschieden. Also das ist halt nicht ganz so, dass wir das auf der Karte aussahen. Da sind halt noch, aber... Dann darf ich das Mikro legen. Ja, eine Frage als Unerfahrener. Ich wundere mich über die SQL-Befehle. Warum nehmen Sie da keinen GIS-Client für? Also dann brauchen Sie die ganze SQL doch gar nicht zu schreiben. Das dauert ja zwei Stunden, bis man da die Syntax richtig hat. Bis man was? Also um so die SQL-Befehle für das Intersection zu schreiben, da braucht man ja mindestens zwei Stunden, um dann, dass der SQL-Befehl auch wirklich funktioniert. Also wenn man GIS-Client nimmt, dann sagt man halt Intersection und dann macht er das doch, oder? Ich verstehe das nicht ganz. Also wie gesagt, das ist ja alles wiederholbar. Das sind Funktionen, das sind quasi meine eigene Werkzeugkiste sozusagen, die ich mir da zusammengebastelt habe und zwar nach meinen Anforderungen. Und gerade im Fall dieser Riesendatenmengen, wenn ich da jetzt in Quantum-Gest sage, hier, verschneid mir mal bitte diese beiden Tabellen, dann geht nicht. Also weiß ich nicht. Wie gesagt, da mussten ja gewisse Arbeitsschritte gemacht werden, um das überhaupt zu ermöglichen. Und man kann das wahrscheinlich auch zusammen, aus der Benutzeroberfläche zusammenklicken und das alles auch machen. Aber ja, also wie gesagt, man hat halt individuellen Spielraum einfach und kann es halt wiederholen, die ganzen Sachen. Das ist halt so mein Ansatz dahinter gewesen. Ich habe zwei Fragen. Wurden bei den Daten jetzt auch die eigentlichen Walddaten, also was für Bäume da stehen, weiter vorgehalten oder wurden die verworfen? Und die zweite Frage ist, diese ganzen Flächen, die Sie jetzt vereinheitlicht haben und konsolidiert, wird das Umweltamt die veröffentlichen? Im besten Fall als Open Data. Genau, jetzt muss ich mal nach der Hintergrundfragen, Informationen verworfen, da dachte ich jetzt, also stehen die zur Verfügung oder meinst du, dass die in dieser, also ob die zur Verfügung stehen? Ob die noch enthalten sind in der konsolidierten Datenmenge oder ob sozusagen die Bauminformationen verworfen wurden und die eigentliche Fläche nur interessant ist? Nee, also wir haben, ich hatte jetzt da nicht so viel Zeit, darauf einzugehen, aber wir haben auch eine naturschutzfachliche Bewertung und ökonomische Bewertung der Flächen gemacht und dafür sind natürlich ziemlich viele Sachinformationen, also in erster Linie die Baumarteninformationen und die kommen auch nicht aus dem DLM, die Baumarteninformationen, sondern wir haben von den Waldbesitzern abgefragt, was steht da für Wald drauf, also was für Bäume, also die ersten drei Bäume sozusagen. Das ist die gute Neuigkeit und die schlechte ist, das wird auf jeden Fall nicht veröffentlicht, weil, also das ist halt in dem Projekt so gewesen, wie gesagt, das ist ein Minenfeld, dieses nutzungsfreie Wald-Thema, irgendwie gerade mit den Waldbesitzern und, also wir haben das als forstliche Versuchsanstalt ausgeführt, dieses Projekt und wir haben wahrscheinlich den Zuschlag dafür gekriegt, weil wir den besten Kontakt zu den Waldbesitzern haben, aber den Waldbesitzern wurde versichert, dass das, dass das nicht auf sie zurückzuschließen sein wird, dass das eine aggregierte Auswertung auf Deutschland-Ebene beziehungsweise auf naturräumlicher Großlandschaftsebene wird und dementsprechend sind wir da Nutzungsvereinbarungen mit den Waldbesitzern, was die Daten angeht, eingegangen und dementsprechend ist das aus unserer Sicht ausgeschlossen, dass das rausgeht. Aber es gibt in verschiedenen Bundesländern Verhandlungen zwischen Naturschutzverbänden und Landesforstverwaltung wegen dieser Geoinformationsgesetz-Geschichte, dass da schon bei einzelnen Waldbesitzern und öffentlichen vor allen Dingen die Daten noch rauskommen dann wahrscheinlich. Vielleicht noch ganz kurz als Feedback, hier vorne kam ein deutliches Raunen, als es darum ging, dass der Datenbestand leider geschlossen und nicht veröffentlicht wird. Trotzdem vielen Dank für den Talk, vielen Dank für die Fragen. Genau, noch einmal Applaus. Vielen Dank.